Wann wird eine EM-Rente auf Dauer geleistet, also unbefristet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbeschalt24.de. Renten wegen Erwerbsminderung gibt es nach den gesetzlichen Vorschriften im Grundsatz immer als erstes als befristete Renten. Sie sind als befristete Renten zu leisten. Von diesem Grundsatz gibt es aber zwei gesetzliche Ausnahmen. Die erste Ausnahme aus einer dreimal befristeten EM-Rente kann eine unbefristete werden. Eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit wird längstens für drei Jahre befristet. Sie kann verlängert werden, das ist klar. Verlängerungen erfolgen auch wiederum maximal für drei Jahre nach Ablauf der ersten Befristung. Und wenn eine Gesamtdauer der Befristung von neun Jahren, also nahtlose Befristung von neun Jahren vorliegt, dann wird die EM-Rente unbefristet geleistet. Weil nach dem Gesetz davon auszugehen ist, dass nach neun Jahren Befristung es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Minderung der Erwerbsfähigkeit wieder behoben werden kann. Also die neun Jahre sind schon eine ziemlich lange Zeit, um zu schauen, kann die Minderung der Erwerbsfähigkeit wieder durch geeignete Maßnahmen behoben werden. Also zum Beispiel medizinische Behandlung oder Reha-Maßnahmen oder andere Dinge. Diese Regelung trifft grundsätzlich nicht auf Arbeitsmarktrenten zu. Diese können auch mehr als dreimal befristet werden. Die zweite Variante, das ist dann die wirkliche harte Variante. Die EM-Rente wird sofort auf Antrag auf Dauer geleistet, weil aus medizinischen Erwägungen heraus, aus medizinischen Gründen heraus es unwahrscheinlich ist, dass die Minderung der Erwerbsfähigkeit behoben werden kann. Das sind zum Beispiel die Fälle schwerer Krebserkrankungen, neurologischer Erkrankungen, Folgen aus schweren Unfällen und schwersten Behinderungen, wo die Leute schlicht und ergreifend einfach nicht mehr arbeiten gehen können. Also die Erwerbsfähigkeit auch durch geeignete medizinische Maßnahmen oder Reha-Maßnahmen oder was auch immer nicht mehr behoben werden können. In diesen beiden Fällen sind die EM-Renten als Dauerrenten zu leisten. Dauerrente heißt hier, dass die EM-Rente bis maximal Vollendung ihres Lebensalters, der Regelaltersgrenze, gezahlt wird. Danach wird die EM-Rente, wenn sie nichts anderes bestimmen, als Regelaltersrente weiter fortgezahlt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.